Hallo und Willkommen zu Let's Play WarioWare Inc. Oder wie man es ausspricht. Minigame Mane, das erste Spiel in der WarioWare Reihe. Wario hockt man wieder vom Fernsehen, wie man es aus der Nachfolge auch kennen wird. Weiß nicht, was er macht und findet im Fernsehen abends was total tolles, was er sich unbedingt kaufen will. Naja, ihr kennt es. Diesmal ist es irgendein GBA Spiel. Dieses Spiel ist selber für Game of Thrones erschienen. Hier, ich habe schon ein paar Sachen freigespielt, aber... Ja, wir machen. Wir starten einfach nochmal von vorne. Mein... Es tut mir nochmal leid wegen der verschwommenen Grafik. Es ist so, ich hoffe, dass irgendwas so Minigame Zeug ist, kann man das ganz gut erkennen. Was überhaupt ziemlich simpel gestrickt ist hier. Naja, auf jeden Fall, ähm... Es ist ja so, ich spiele... Ich spiele das ja alles hier per Virtual Console auf dem 3DS. Und es ist im Bildschirm schon einprogrammiert, dass man in 3D spielen kann. Darum ist das so verschwommen. Aber morgen oder übermorgen wird mein Let's Play von Donkey Kong Country Returns starten. Auf der Wii, beziehungsweise auf dem Fernsehen. Und da wird die Grafik besser sein, weil da eben nicht dieser einprogrammiertes 3D-Effekt ist. Mein 5-Abonnenten-Special wird auch noch kommen. Und ich erkläre euch gleich mal, wie das geht. Gumbas! Also es funktioniert so. Ich mache ein 5-Abo-Special. Dann ein 10-Abo-Special. Danach ein 20-Abo-Special. Dann ein 25-Abo-Special. 50, 100, 200, 300, 400 und so weiter bis 1000. Dann 1000, 5000, 10.000 und dann immer in 10.000er Schritten. Und dann auch schauen wir weiter, falls ich überhaupt jemals so viele Abos haben würde. Und Wario ist der King. Ein One-Up? What the fuck? Ich gebe mir. Geschlagen. Tja, ich bin halt gut. Na, egal. Level Up? Ah, ja. Was ist jetzt los? Wieso? Was? Level Up? Ich habe das Spiel schon bereits beendet, Junge. Spring, spring. Was? Ja, was rollen hier Kartoffeln durchs Haus? Ich stelle euch mal vor, wie es anders wäre, wenn hier so Kartoffeln durchs Haus rollen würden. Das wäre cool. Nee. Ernsthaft jetzt. Ah, das ist jetzt also alles nur mal schwieriger. Interessant. Das gefällt mir hier. Lustig. Das ist nice. Das gefällt mir wirklich. Ausweichen. Bullshit. Ich habe gerade so erschrocken. Was ist los? Wisst ihr, was ich als Aboswache machen wollte? Von Slendertubbies. Machen. Aber das ist gar nicht mal so leicht mit der Aufnahme. Aber es wird irgendwie noch kommen. Wenn es nicht geht, dann als 10-Abo-Special. Es auch bald kommen wird, denke ich mal. Naja, egal. Es wird noch kommen. Auch Slender wird irgendwann noch kommen. Ich will ja nicht hier als der Nintendo-Typ dastehen, der nur Nintendo-Zeug spielt. Ich spiele auch gern Horror-Games. Es wird auch nochmal Resident Evil kommen. Und so weiter. Aber das alles mit der Zeit. Ich fange erst mal an LPB-Marx.tv. Ich heiße übrigens Wert und nicht LPB. So hatte ich mich früher immer genannt. Ich kenne es noch aus meinem LP Together mit 333. Oh, jetzt ist es wirklich schwer. Jetzt wollen wir es wissen. Level up. Spring. Ja, was war da jetzt schwer drin? Ernsthaft mal. Zufassen. Oh. Ja, okay. Das war wirklich verdammt schwer. Du, 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 du. Speed up. Ziel. Yes, baby. Ja. Wenn sie Monster schlacht, muss man doch eigentlich alles platt wotzen. Wie cool. Ich bin ein Loser. Ich bin ein Loser. Aber es ist wirklich gar nicht mal so... Jo, wie soll man das machen? Das ist hier gar nicht mal so leicht. Okay, wir machen gleich mit dem nächsten Minigame weiter. Das ist... Da hatte ich früher ziemlich viele Probleme mit. Mit Jimmy. Eigentlich müsste man ihn nicht kennen, aber das ist hier das erste Wario-Wer-Spiel. Man kennt ihn aus den zukünftigen. Lustig, oder? Der bezieht sich eher auf Sport. Das ist so ein Sportfreak mit Afro. Oh... Oh, 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 nee. Parieren. Boing. Boing. Was? Hey, hey. Oh, yes. Ja, okay, das habe ich nicht verstanden. Ich wusste gar nicht, was man da machen soll. Ah, lustig, lustig. Nee, ernsthaft. Speed up. Ich mag immer dieses. Das finde ich nice, diese Melodie. Das ist cool, mir gefällt es. Oh, das jetzt. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt voll die schwierige Aufgabe. Das ist normal verdammt leicht. Das ist wirklich verdammt leicht und ich feile dich. Aber das ist alles ein bisschen eine Glückssache. Jo, kurz vorm Ziel. Ja. Yes. Das ist so scheiße, das ist so scheiße. Game over, nee, komm schon. Oh, noch ein Versuch. Und heute. Schwimmeln. Boing. Okay, ich habe es nicht geschafft. Das war doch klar. Einlochen. Nein, das sage ich jetzt. Kein Kommentar. Ho, ho. Ho, ho. Yes. Oh, yeah. Du, 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 du. Zuschlag. Oh. Nein. Oh, ich kriege gleich einen Anfall. Ja, danke. Ich kriege gleich echte Anfall. Scheiße. Das schießt mich. Dieser Scheißdreck, ey. Ich weiß gar nicht, wie es geht. Ich kenne diese Aufgaben alle nicht. Das ist doch alles scheiße. Komm. Ja. Das ist ganz schön schwer. Irgendwie. Irgendwie. Oh, yeah. Yes. Oh, wie knapp. Sonst wäre ich dead gewesen. Das ist leicht. Oh, yes. Oh, das ist so scheiße. Das ist diese Disziplin. Hasse ich. Boss Date. Oh, das war dieser kranke Boxer, oder? Ja, ja, das war. Ich erinnere mich. Das war ein kranker Scheiß. Genau, so irgendwie ging's. Yes. Geschafft. One up. Ruhe, Baby. Hä? Das hat gerade irgendwie kein Sinn ergeben, das Bild, aber. Level up. Mal sehen, ob wir das noch machen. Ja, wir machen das. Komm. Ja, what the fuck, ey. Das sieht scheiße aus für mich. Das sieht echt scheiße. Gabe. Okay. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Da geht's weiter mit... Dribble. Bis dann und ciao. LPM nachmachen, ey.